So, hallo zusammen. Ich befinde mich heute auf der Tour zur Riffelspitze, bin schon wieder im Abstieg und habe hier diese herrlich lange Geröllabfahrt vor mir. Also, gehen wir es an, oder? Juhu! Wow! Der Hammer, wie das hier runtergeht. Eingeklimpt. Und hier geht es ab hier. Wow! Ja, leck mich um den Arsch. Juhu! Ja, Steinobachter, Papa, ja, ja, super, super, super.